Was bedeutet ein moderner Standort? Ein Standort mit einer der besten Anbindungen Europas? Ein Standort, der so viel mehr bietet, als es zum Arbeiten braucht? Es bedeutet, angekommen zu sein. An einem Ort, der dir neue Wege aufzeigt und Ruhe ausstrahlt, wenn du sie brauchst. Mittendrin im Grünen. Wo alles einen Sinn ergibt. Und Raum für große Visionen bleibt. Es bedeutet, in bester Gesellschaft zu sein. Inmitten smarter Tech-Firmen und globaler Konzerne. Inmitten von Menschen, die inspirieren. Es bedeutet, sich zu vernetzen. Sich gegenseitig zu unterstützen. Und das Leben zu leben. Es bedeutet, laut zu denken und leise zu genießen. Erreichbar zu sein und im richtigen Moment abzuschalten. Es bedeutet, geschenkte Zeit zu nutzen, um wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge zu haben. Es bedeutet, in der ersten Reihe zu sitzen. Vor den Toren zur Welt. Ein moderner Standort bedeutet Gateway Gardens. Nice to meet you. Weitere Informationen unter gateway-gardens.de